Einen wunderschönen guten Abend auf YouTube! Hallo! Yeah! Arthur hat sich ein neues Paket gekauft und so sieht der Port des Marksteins aus, wenn man das eitstellt, ne? Genau. Es gab auch ein ganz furchtbares Outfit. Ich war noch schon mal vor, falls das jetzt gleich angelegt wird, ist das wirklich nicht schön. Wir wissen auch noch gar nicht, in welche Richtung das eigentlich geht, also was das genau darstellen soll oder welcher Charakter damit wiedergegeben werden soll, I don't know. Dafür hat es ein cooles Pferdchen, ein paar Begleittiere, die ganz merkwürdig angeordnet hinter einem herlaufen. Egal. Genau. Das Paket ist momentan nur im Shop selber, im Ingame-Shop verfügbar. Es gibt drei verschiedene Pakete. Einen klitzekleinen Nachteil hat es, ihr könnt nicht in die Pakete reingucken. Das wird nicht so dargestellt. Ihr seht einfach so ein Kistchen, eine kleine Kiste. Und wenn ihr drauf haltet, steht so ein bisschen da, was drin ist. Aber ich finde, wenn man das nicht wirklich sieht, dann kann man sich das nicht vorstellen. So ein Entwickler kann alles mögliche darin hinein interpretieren, ja? Ja genau, das sind die Tiere. Und die laufen irgendwie... merkwürdig. Also die bleiben immer in ihrer gleichen Position und... Es sieht halt irgendwie unrealistisch aus, aber gut. Die Aura kann ich jetzt mal hier sehen. Am besten an einer Waffe, oder? Am Bogen. Es gibt eine neue Waffen-Aura, die ist so gold-gelb-gold-schimmernd. Das ist lila. Da. Ja, es ist leicht. Ach, nee. Jetzt sieht man das erstmal. Warte. Mit Glühwürmchen und Pflensleinranken. Hm. Ich sage, es ist alles so ausgelegt. Also dieses Paket soll angelehnt sein an Tom Bombadil. Warum das so ist, das zeigt der Arturo auch gleich mal. Ob ich das Outfit hier löschen kann. Ja, der muss sich erst... Outfit, Outfit steht im Chat. Aber der Arturo muss sich erst mal umziehen. Moment. So. Wie kommt jetzt jeder Brechreiz? Da könnte ich die Waffe auch anlegen, oder? Die Waffe. Dieses komische... Tadaa! ...Hörnchen. Ich übernehme für nix die Verantwortung. Ja. Waldig. Pfui. Als Zwerg sage ich Pfui. Ne, das hier ist nicht Waldig. Das ist... Zirkus Krone. Ja, ist das irgendwas? Ich habe gesagt Buggy, der Clown. Natürlich der ist ja noch. Das ist die Laufanimation. Ja. Von Tom Bombadil. Ja. Genau. Und du hast hier einen riesen Blumentopf an der Seite. Auf der anderen auch. Habt ihr einen Blumentopf. Und ähm... Das Pferd hat auf der anderen Seite eine Gitarre und ein Körbchen. Da sitzt kein Blumentopf drin, sondern eine Katze. Oh, Foto. Ja. Mietekatte. Sieht aus wie ein zu groß geratener Hobbit. Ja. Es ist so buntend verspielt irgendwie. Ich äh... Weiß auch nicht. Es ist alles so... bunt. Das Aussehen gibt es auch nochmal fürs Kriegsrost, wenn ich das richtig gesehen habe. 10.000 Tugend EP und 200 Mitrimünzen sind auch noch enthalten. Aber kein Charakterslot, ne? Diesmal nicht. Ich denke nicht, ne. Genau. Okay. Ja. Besser. Viel besser. Als sie sich dabei gedacht haben, das soll mir echt mal einer erklären. I don't know. Gut. Dazu. Das dazu. Äh, das dazu. Diese kleine Exkursion. Das ab... Ja, genau. Das neue... Wie heißt das? Unterstützerpaket? Ja. Genau. Das neue Unterstützerpaket, was... Ich weiß gar nicht, wie lange das verfügbar sein wird. Aber bedenkt, wenn ihr das haben wollt... Das ist das beste. Genau. So sieht der Port aus. Also ihr lest nichts mehr. Ihr würdet dann jetzt wegporten. Ja. Genau. Ähm... Ich glaube, man ist immer so ein... Ein, zwei Monate im Shop gewesen und ihr müsst es halt echt... Ihr könnt es nur im Shop kaufen. Ihr müsst dafür Shoppunkte erwerben, falls ihr nicht genug habt. Das ist halt so der Nachteil daran, dass ihr das nicht auf der Website kaufen könnt. Ja. Mhm. Hui. So. Egal... Ne, Gladion. Gladion war eine richtig coole Questreihe. Gondor braucht eure Hilfe. Wie kann ich euch helfen? Er hat ein Reutel-Item. Ne, okay. Haben wir das mit Level 140 auch gemacht, wo wir hier waren? Wie kann ich euch helfen? Ja. Daran kann ich mich erinnern. Eben. Jetzt helfen wir ihm, dann gehen wir zur Frau rein, es gibt Essen und dann fängt das Theater an. So. Vorher war ich auf B, da waren die Leute, die ich gesehen habe, immer andere da waren und alles... Schöne... Minstrels. Minstrels? Mhm. Koko fanden... Der Barter ist halt auch wirklich ziemlich stark und gut. Wenn ich ihn nicht weiterquesten müsste, bräuchte ich eine andere Möglichkeit, schneller zu questen. Ich würde ihn auch weitermachen. Vielleicht kannst du ja jemanden engagieren, der für dich levelt. So ein Miet-Spieler. Können wir zu zweit durch die Wargpit durchlaufen. Mal schauen, ob er dann mehr kriegt, wenn man es auf Level spielt. Ja, das geht schnell. Vor allen Dingen, wenn du einen Booster hast oder so. Das geht ratzfatz. Mützeln oder Mission? Ja, das ist das Problem. Das geht aber auch nicht schnell. Das sieht sich genauso. Es geht zu Beginn schnell, aber nicht wenn du Level 140 bist. Bis du da vorwärtskommst, dauert's. Wir gehen jetzt ja noch nach hier. Marotten! Ah, da. Äh, wohin? Ähm, wir müssen hier runter irgendwie zu einem Wagen liefern. Da unten ist er. Da. Ob der hier? Ja. Und ich sehe auf einmal wieder ziemlich viel Mariner rumlaufen, also Seefahrer. Echt? Oh. Ja. Hm. Ich hab mir auch schon überlegt, ihn mal wieder weiter zu spielen. Das ist jetzt glaube ich 34 oder irgend sowas. Spaß hat er schon gemacht. Aber das Problem ist da fast noch schlimmer als beim Hüter. Wenn du den längeren spielst, bist du komplett raus, was du da machen sollst. Ja. Da ist eben alles aufeinander aufgebaut. Da muss, ähm, ja, da muss ich wieder reinfuchsen. Hm. Gondor braucht eure Hilfe. Okay, sehen alle gleich aus, nur in der Vorschau nicht. Der wäre besser. Obwohl, Finesse und Crit gehen weg, aber mehr wieder. Ja. So. Esst mit der Familie zu Abend. Oh je. Ein hart erarbeitetes Malp. Warten jetzt wieder. Geht es jetzt weit, wenn wir reisen? Jaja, ja. Gnadion und seine Frau Limril haben euch zu einem Essen mit der Familie eingeladen. Aber Gladions Bruder Fuirion ist noch nicht da. Das finde ich also richtig blöd, dass du es mit 140 nochmal spielen musst, wenn du da alles durchmachst. Also das ist schon, ja. Ja, also hier reißt es auf jeden Fall an. Mhm. Weil die Geschichte an sich wiederholt sich ja nicht, Gott sei Dank. Aber du siehst die Leute hier, auf jeden Fall diese Familie siehst du nochmal wieder. Und hilfst den irgendwie, weil den gibt's ja nicht so gut. Wenn ich ein 145er einläd' und du ein paar EP-Buffs reinjagst, bist du rucki zucki oben, schreibt der Sensei. Rucki zucki. Rucki zucki. Rucki zucki. uberion! Was ist mit dir? Oh oh! Es sammelt sich eine riesen Blutnacher auf dem Boden. Er hat eine tiefe Schnittwunde über seinem Bauch. Holt die Heilerin los. Was ist das andere hier? Das weiße. Äh, Abangst Krokofantentüten. Das können wir auch gleich noch machen. War doch da dran. So, alte Dame, wir haben ein Problem. Wie kann ich euch helfen? Ein störrischer, oller Verstand, der nicht, und sie rennt gleich los, der nicht einsehen will. Ey, ich darf nicht rein, das ist heute scheiße hier. He he. Wie eine Telefonzelle, da darf doch einer rein. Hm, hm. Warum ist er auf jeden verdammten Teil Schicksal drauf? Hm. Wer weiß, vielleicht macht das ja so viel. Oder auch nicht. Wie kann ich euch helfen? Oh. Er redet nicht. Fragt seine Familie, ob er irgendetwas zu ihnen gesagt hat. Hm. Hm. Warum sagt er denn nichts? Gondor braucht eure Hilfe. Wir sind doch nur friedliche Bauern. Sein Bruder ist geschockt. Ich trau mich in letzter Zeit nicht mehr weit von zu Hause weg. Meine Familie meint, es wäre draußen zu gefährlich. Gondor braucht eure Hilfe. Alles durchjagen beim Warten. Hm. In Umbar. Boah, ich hätte jetzt Zeit wahrscheinlich je gar Zeit mehr gehabt. Diablo muss weitergespielt werden. WoW muss angefangen werden. Keine Zeit. Diablo muss weitergespielt werden. Ja, es macht Spaß. Also es muss weitergespielt werden. Ja, muss. Ja. Hä? Hat er das jetzt nicht eng? Hey. Ich hab nix da draufgeklickt. Jones ist gerade am Minecraft zocken. Ich glaub, der nimmt das auch noch auf. Weil er hatte ja im Discord bei sich gefragt, was er machen soll. Minecraft oder äh irgendein anderes Spiel. Hab ich vergessen. Irgendein anderes Spiel. Naja. Im Endeffekt steht schon fest. warum fragt er dann? Ah, dieses furchtbare Würfelspiel. Hast du die Nachricht erhalten? Ja. Habe ich. Ich hab Jones das auch schon erzählt, dass ich ihm das weiterleite. Du brauchst gar nicht so viel planen. Sonntags werde ich in kein Museum gehen. Ich möchte nicht, wenn Kind und Kegel unterwegs ist, auch unterwegs sein. Das möchte ich nicht. Ich möchte gern, wenn wenig Leute unterwegs sind, weil es wird schon, denke ich, da recht viel los sein. Und ähm, ja. Ich mach mir da keine Gedanken drum. Ich hab einen Roadtrip anderthalb Wochen durch Irland gemacht. Ich hab mein Auto gemietet, bin losgefahren. Ohne Probleme. Bin gut klargekommen. Ohne irgendwelche Apps oder so. Ich bin da ziemlich schmerzfrei. Ich fühl mich auch ganz gut zurecht. Wegen chillen sie mal, junger Mann. Chillen sie mal. Da oben ist ruhig. Da brauchst du keine Angst haben. Ja, das hab ich beim letzten Museumsbesuch gesehen. Da war es dann auch ganz schön voll. Es war nur nett gemeint. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Sensei wird euch durchtreiben. Er wird nach dem Urlaub kaputt sein. Also wir gehen jetzt dahin. Sonntag ist da. Montag gehen wir dahin. Er hat uns voll den Flyer gebastelt. Das ist alles ausführlich mit Karte eingezeichnet, wo Bäcker ist. Okay. Wird Jones vielleicht mal hingehen? Der würde den auch so fangen. Geldautomat. Ja. Brauchen wir nicht. Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal bei einem Geldautomaten war. Das ist nicht mal gelogen. wann ich das letzte Mal bei einem Geldautomaten war. Wann war ich denn das letzte Mal bei einem Geldautomaten? Dadurch, dass meine Bank keine Geldautomaten, also keine Bankfilialen hier hat. Das gibt es hier nicht. Die gibt es nur in Berlin. Keine Ahnung. Wann habe ich das letzte Mal Geld abgehoben? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich wirklich nicht mehr. Ich auch nicht. Bestimmt schon bei Jahren nicht mehr. Alles schon ewig nicht mehr mit Geld. Ja. Ich habe meine Karte oder mein Handy. Wir haben Karten. Karten. Nicht nur Karten. Wir haben Karten. Das ist auf Stufe 9, gell? Rennst du einfach rein. Ich wollte jetzt mal was essen. Achso, sorry. Ja, ja, ja. Essen Sie gleich. Sofort. Sofort. Ich weiß nicht mehr, wenn wir Geld abgehoben haben. Ich glaube, Gott und Jones hätte irgendwie noch mal Geld abgehoben. Das ist gar nicht mehr. Sonntag, Dienstag, Mittwoch ist doch nicht viel. Genau. Sonntag, Dienstag, Mittwoch ist doch gar nicht viel. Karten gehen hier nicht überall. Echt nicht? Achso, du meinst in den Geschäften. Achso. Oh, ja, ähm, ja. Also wir werden sehr wahrscheinlich, äh, was nochmal bitte? Was hast du gesagt? Dann können die Geschäfte jetzt euch behalten, wenn sie Kakaarell haben. Ja, alles gut. Also in den meisten Supermärkten werden ja wohl EC-Karten oder Kreditkarten angenommen, denke ich mal. Das wird, äh, kein Thema sein. Ja, das war, das war ein ganz gemeines Gift. Oh, das da. Ich war ein Biss, der hat Zug schlagen und ich war tot. Jo, da schon. Genau. Ähm. Hat das geklappt? Ja, hat auch. Das hat manchmal so Verzögerung. Da denke ich immer, ich kriege das nicht raus. Ähm. Ja, das Rohre-Esser sind wir nicht. Bin ich wirklich? Alter, schüttel. Alter, schüttel. Aaaaaah. Oh. Kommt schon, Teddy, wer? Alter, schüttel. Ja, aber stimmt, es gibt noch ein, zwei Reste raus, wo du wirklich nichts kriegst. Ja. Wo meine Eltern essen wollen, wo meine Mutter mitessen wollen. Nehmen keine Karten. Oh, schön. Ja. Oh, ich bin jetzt ja frecher, dass sie nicht dann gleich irgendwo anschreiben. Eigentlich sollten die wenigstens eine Info irgendwo haben, wenn man, äh, ja, das... Vor allem heutzutage sowieso, weil, wie gesagt, wann zahlst du dich noch mit Bargeld? Also, ich kenne hier auch noch ein paar kleinere Shops, ähm, weil die sagen, das kostet einfach zu viel an Miete, das lohnt sich bei uns nicht, aber dann haben wir auch eine Info da, also, ja. Genau. Was ist denn das jetzt? Achso, weil du gestorben bist. Ja, wir werden auf jeden Fall, also, ich habe, äh, schon gegoogelt, wir werden auf jeden Fall durch den Wald heizen mit den E-Bikes. Äh, wir haben schon gegoogelt, wo wir die kriegen, dass wir die ausleihen. Ich habe, ähm, Helme für uns gekauft, weil ich nicht nochmal diese tollen, verschwitzten Helmer tragen möchte. Äh, nehmen wir unsere eigenen Fahrradhelme mit. Äh, ich habe, ich habe mir noch ein Crossbike Shirt gekauft. Ist eigentlich für Motocross, aber egal, ist sie cool aus, ich wollte es haben. Fällt mir eigentlich noch so ein Crosshelm, aber meinen letzten habe ich verkauft. Der hatte den Kopf an der Seite drauf, das sah so geil aus. Dann schön mit Brille, so eine riesengroße, getönte Brille. Ah! Haha! Ähm, genau, da werden wir auf jeden Fall noch durch den Wald heizen. und dann gucken wir mal, wir werden wahrscheinlich viel durch die Gegend fahren. Boah, sehr gut hin, mit dem, mit dem Auto, das muss richtig Laune machen, ey. Hm. Wann geht ihr da? Ähm, 15. bis 25. sind wir unten. Also wirklich Sommer, Sommer, ne? Jetzt sind schon, na gut, Berge, da könnte es ein bisschen kühler sein, aber... Meine Mutter ist ja gerade da unten. Meine Mutter ist da gerade unten, da liegt überall Schnee. Ich so, ich mag keine Winterjacke ein oder irgendwas dickeres. Ich schlepp das nicht mit. Ich hab keinen Bock drauf. Wir haben zwar Waschmaschine und alles da, aber ich hab ehrlich gesagt, ich hab keinen Bock, alles wieder mitzuschleppen. Glaube ich. Ich möchte einmal Sommer haben, Und der hat, ich krieg jetzt nicht runter! Ich konnte nicht so schnell heilen und gleichzeitig dir die Wunde nehmen und, aha, oder den Effekt nehmen und die Verderbtheit. Scheiße. Ich wollte mich aber fallen. Er hat einen gedrückt von einem Zeug, weil er hat's ja gemacht. Das macht er bei mir ganz oft nicht. Er hat's schon wieder. Ich kann nicht. Ich hab cooldown. Jetzt. Mist. Die sind ja richtig böse. Ja, die sind, die sind schon im Normal sind die böse. Ah, das ging leider jetzt gerade zu schnell. Mist, 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 Mist. Ich mach dir ein Lämpchen an. Yay. Ja. Was siehst, das war ich da nie dran. Denk ich wollte auch mal schauen. Solche Stellen, Schriften. Welche hast du da noch? Ah, die gehen ja noch. Das sind die für 80. Ja, die hab ich auch. Weil, die 95er hab ich kein Rezept und die 100er, naja, das bringt uns nicht. Die dürfen wir ja noch nicht lesen. Wir brauchen davon noch zwei. Ich, ich tank mal an. Warte mal, ich mach mal eine auf Tank Teddybär. Wundert es, dass wir bei diesem neuen Pack nicht noch einen schönen Rahmen gemacht haben, so ein knackender Bund und Viecher und so. Ganz viel Blumen. Da ist nichts dabei. Gleich mal schreiben, ich bin enttäuscht. Gleich mal Ticket. Aber sowas von. Ah, ich sehe mir nicht, dass alle zwei kommen. Die waren da hinten. Mal den da, der da rumläuft. Mhm, mhm. Alter. Das geht ja nicht, es geht doch nur auf andere. Ah! Ah! Er ist gefeiert. Yeah, und tot. Yay. Ja, ich glaube, wir müssen erst mal keine Krokofanten mehr machen. Das kommt später nochmal. Sie sind gemeingefährlich. Ey, wir müssen doch was in der Förengdome. Lauf! Was wird denn das hier? Lauf! Ich versuche, ihn abzuschütteln. Vorsicht! Ja, ich fieh ihn. Seht's nicht. nein, nein. Kann ich mich totstellen? Nein, du warst am Baden. Kann ich mich totstellen? Ja, am Baden geht's. Leider nicht. Ahem. Ja. Ne? Okay. Und hier. Wir warten ja noch. Achso, beide dicht hinter uns. Keine, schon mal weg. Kann ich, ich habe cooldown drauf. Oder, nee, warte, warte, da habe ich cooldown drauf. So rum. Okay. Gut. Wir haben ganz kurz ein bisschen Zeit. Cooles Geweih. Für ein geiler Effekt. Oh Gott. Action, Alter Mann. Alter, 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 alter. Alter, 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 alter. Oder halb Ox? Oder halb Ox? Und die Tasche war doch irgendwie auf so einem Wagen. Wagen. Ah! Hey, neue Tart. Yay, noch mehr Quest. Stufe 100? Stufe 100 Tränke. Okay, jetzt habe ich 85, 95, 100. Oh. Oh. Ich muss mal schnell Fenster schließen. Oh ja, mach mal, mach mal. Das ist sonst nicht so gut. Huh? Da steht ne Kischtar. Stuckis, stuckis. Achtung, hier unser Bogenschütze. Äh, ja. Ging nicht runter. Da im Nahkampf musst du das Technikum-Jäger auf, um das zu nehmen. Ja, das ist Kacke. Das ist noch nett. Was ist das für Rezept? Ja, ne, schon. Auf eine Münze. Nee. Ditto. Ah. Ja. Ach. Dann schick ich die, ach ne, geht nicht. Kämpf mal du gegen den und ich geh den anderen weg. Nee, der ist, äh, alles gut, alles gut, alles gut. Ich, äh, nehme den jetzt für der Abteil. Oh. Er wollte fliehen. Hm. Sowas auch. Also nein. Hm. Hm. Ja, ist okay. Hier, ach, ach so, wir müssen auch hier hochlaufen. Und da stehen wirklich in diesem neuen Gebiet so viele Kisten und Leichen und Taschen rum. Da kannst du echt sammeln. He, 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 He.